Ja, horcher Mann, herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Online. Ja, frängisch. So, nee. Wo? Da. Da will ich hin. Da will ich hin. Da will ich gucken, was es ist. Warum es da ist. Warum es existiert. Was ist denn das? Banditenlager. Hä? Ein Banditenlager. Pfadfinder von Gratwald. Was ist denn das hier? Was kann man denn in dem Banditenlager machen? Das ist ja bestimmt eine Quest dafür. Ah. 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 Du siehst mich nicht. Ah. Manchmal lohnt es sich anscheinend, einfach irgendjemanden zu töten. Was? Ihr wisst. Und uns wäre der Plan. Ah. Ah. Was anders. Okay. Hm. Ein Ausweiter. Oh. Was ist denn da? Flammenatronach. Meine Wecher. Unheils, Bruder. Na, dran mach ich. Also gut. Na komm! Ja, das ist unhoh. Ja! Das hat schon irgendwas geben jetzt. So wie insgesamt zwei neue blaue Items. Jetzt hab ich das zu schneiden. Egal. Wey! Ausrüsten. Na ja, komm. Ob 92 oder ausrüsten. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Ah 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 ah. Und das? Hm. Okay. Da ist auf jeden Fall eine Quest. Was ist das denn du für eine geile Ausrüstung? Hey. Hochordinator. Dann ist. Haltet still und hört mich an. Dominion, Pakt, Bündnis. Mhm. Ihr seid wie Schulkinder, die sich um Murmeln streiten, während die Welt um euch in Flammen steht. Was meinst du denn damit? Ich bin ein untertänigster Diener der gesegneten Gottheit Alma Lexia. In ihrer göttlichen Weisheit hat sie euer Erscheinen vorhergesehen, wie in einem Traum. Wir haben einen gemeinsamen Feind. Das macht uns zwar nicht für erfüchste Intrigen. Der Ernter der Seelen zwingt mich nicht seinen Namen auszustrechen. Einer seiner dunklen Anker ist auf dem in ihnen dessen niedergegangen, was einst die Stadt Gilvartal war. Jene, die vor euch kamen, um ihn zu vernichten, sind verschwunden. Wir müssten sie finden. Äh. Ja, helfe ich. Zum Wohle Tamriels werden wir unsere Streitigkeiten beiseite legen. Wir müssen wissen, was hier geschehen ist. Die Überlebenden der Gruppe, die den dunklen Anker zerstören sollte, werden es am besten wissen. Wir müssen uns aufteilen... Erzähl mir mal über Alma Lexia. Sie ist unsere barmherzige, heilende Mutter. Eine erhabene Gottheit des Tribunals von Morrowind, der zu dienen ich geschworen habe. Obgleich sie mit dem Krieg beschäftigt ist, der weiter wütet, erstreckt sich ihr Mitgefühl dennoch auf alle. Wann immer der elende Fürst der Intrigen sein Haupt erhebt. Und die wollten mich finden. Meine Göttin verfügt über viele Gaben. Und nicht die geringste darunter ist ihre Weitsicht. Aha. Sie hat vorhergesehen, dass ihr eine entscheidende Rolle in den Geschehnissen spielt, die sich hier zutragen müssen. Und dass euer Hass auf den Fürsten der Intrigen fast so heiß lodert wie der ihre. Und wer sind die Leute, die wir finden oder so? Die Verwürdete, die Alma Lexia angeworben hat und nicht beim Kampf... Vielleicht habt ihr dieses Ernte der Seelen... Blub. Blub. Okay. Aha. Da müssen wir hin. Okay. Und wer seid ihr alles? Wurmkult-Assassinen? Wurmkult-Pyromanchen? Die Chancen, sie zu finden, verbessern sich, wenn wir uns aufteilen und verschiedene... Super. Ja, klar. Natürlich. Natürlich. Ich weiß. Ich bin dabei krank. Ich bin sowas von krank, bin ich. Ich finde mich auch schon widerlich. Und abstoßend. Oh, was soll ich tun? Was ist denn du? Assassine, Assassine. Komm, ich mach euch fertig. Umgeh'n! Batsch! Geh'n! Sagt er. Und wirbelt sich langsam hinter mich. Okay, ne. Wir wollen eigentlich auch... Ich möchte eigentlich auf die andere Seite da. Ich will ja eigentlich da hoch. Abgesehen davon. Was seid ihr denn eigentlich für Typen? Pyraman? Ne, ne. Ähm. Ich möchte ja die andere Quest da auch noch gleich abschließen. Und dann wäre es ja fast schon sinnvoll, wenn ich von der Seite ein bisschen... Dann sehe ich auch... Abgesehen davon, ob da noch was ist. Oh, hallo, Troll! Cheyota! Wo geht'n der Weg hin? Ah, zusammen! Aha. Ne, oder? Geht'n der Weg hin? Das ist gar kein Weg, meint ihr? Es wird nicht genug von eurem Herzen zum Essen übrig sein! Oh, Lüchse! Die Alchemistin! Bist du... Oh, ihr riecht aber gut! Du hast eine Hand so wie eine Alchemistin! Ah! Ich bin... Ich bin... Ja, es ist alles so schön. Es ist so schön! Was ist denn das? Aha. Aber es trifft sich natürlich. Warte, wer im Rettende... Leder weg... Flachs weg! Okay. Wo... Wo red'n da einer? Methode zu tanzen und überhaupt und... Wo ist'n der? Vielleicht ist das so ein Mini-Quest oder sowas. Hä? Bist'n du... Master! Doch, Kurt! Was ist denn da, Alit? Was ist denn da, Alit? Es ist was Totes. Okay. Ah ja, genau. Also für mehr Rüstung brauch ich also wirklich nicht mehr. Aber in dem Moment, wo ich dann diese... Rüstungsboni anwerfe, verliere ich schon... Also nutze ich nicht mehr als volle Potenzial. Was ist denn das hier? Ein Buch. Ein Buch. Oder... Ein Werwolf! Mach ich mich zum Werwolf! Mach ich mich zum Werwolf! Hast mich gehört! Na, auf den! Ey! Ist widerlich, was du da machst. Bin ich jetzt der Werwolf? Vor allem, wo würde ich's denn sehen? Ich hätte nicht einmal Ahnung, wo ich das seh. Wahrscheinlich nicht da. Okay. Hier gibt's aber Werwölfe. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Was ist denn da vorne? Servus! Hm? Wann los? Ah, also da muss ich irgendwo hin. Ah! Okay, in den oberen Wasserfall hab ich was neigegegossen. Ein schwerer Rucksack. Was ist denn da drin? Und der Caper! Und, äh... Was der nachkommt. Was der nachkommt. Okay, was anderes steht hier nicht. Eine Rädenkaiserin. Eine Räde. Weiß ich nicht, soll ich das mal angreifen. Schau mir irgendwie so mächtig aus. Ah, jetzt hab ich Waladin zur Ruhe nicht... Naja, egal. Hey, du Zeck! Ihhh! Ja, wieder nicht. Die Welt wird ohne euch ein besserer Ort sein. Naja, das hab ich schon verstanden. Wird nicht besser, wenn du es tausendmal wieder holzt. Ja, das ist gesegnet. Jetzt mal noch den unteren Wasserfall da segnen. Warum seid ihr hier? Hey! Ich hab was gesegnet. Wer seid ihr? Wo ist meine Mutter? Sie bringt immer das Wasser zu diesen... Oh, ich verstehe. Dann verzeiht bitte. Sie wollte mich auch dazu drängen, ihr zu helfen. Aber ich hielt das nur für ihr übliches Gemaule. Vielleicht braucht sie wirklich Hilfe. Ich sollte los und nach ihr sehen. Ihr habt meinen Dank für die Freundlichkeit, die ihr ihr erwiesen habt. Ja, wunderbar. Tschüss. Wie mir so viel gebabbelt da aus. Wenn wir noch schneller alles sagen können. Was soll's? Was soll's? Okay, da. Okay. Ah! Ist. Oh, 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 oh. Such nach Überlebenden. Okay. Mewa, geht es euch gut? Na. Gute, gute. Du meinst jetzt verwert. Und? Geht's dir gut? Holt mich hier raus. Ich habe gesehen, was wir den anderen angetan haben. Das droht der Augen. Das ist ein schlimmeres Schicksal als der Tod. Wir kämpften gegen die Wurmkultisten in der Mitte von Gilvartal unter dem hohlen Baum. Der dunkle Anker, der über uns aufragte, wimmelte von Daedra. In riesigen Scharen, wie auch bei anderen, die wir zuvor gesehen hatten. Doch es dauerte nicht lange, bis wir bemerkten, dass irgendetwas hier anders war als sonst. Was denn? Wir konnten ihm nichts anhaben. Nichts, was wir taten, zeigte Wirkung. Überall dort erfasste uns dieses Gefühl. Ein Schaudern lief uns über den Rücken. Es war seine Präsenz. Noch von damals, als er vor all diesen Jahren die Seelen von Gilvartal erntete. Sie sterb jetzt irgendwie den... Ja, wie vernicht man dann? Wir wurden widerwärtige Maschinen in den Boden gerammt. Die Wurmkultisten nennen sie die Reißzähne des Chaos. Sie scheinen die verbleibende Magie von Molag Bahls Präsenz in den Anker zu leiten. Aris hat versucht, einen von ihnen zu vernichten. Doch schon nach dem ersten Hieb, den er gegen die Maschine führte, war er kaum... Wie, sagen wir sie dann vernichten? Wenn sterbliche Waffen würden... Super. Also dann. Macht euch keine Sorgen, Mewa. Ich werde euch sicher von hier fortbringen. Ihr und euer Freund hier müssen den dunklen Anker zerstören. Sonst sind die anderen umsonst gestorben. Jawohl. Ihr stellt euch selbst immer an Letz-Mewas-Erzählung von den Reißzähnen. Natürlich die Reißzähne. Jetzt ergibt alles Sinn. Die gesegnete Almalexia hatte eine Vision darüber, dass der Fürst der Intrigen seine Zähne in den Boden von Gilvartal geschlagen hat. Die Reißzähne, die sie in der Vision sah, müssen die Geräte sein, die ihr jemals gesehen habt. Ja, eine Göttin, meine Göttin leidet niemals und sie nehmen die Träne von Almalexia. Wunderbar. Ich schaffe es allein bis ans Ufer. Ihr werdet zweifellos für reichlich Ablenkung sorgen. Entschuldigung, aber da muss man mal manchmal sagen. Jetzt Reißzähne, Galga, Bibobab. Okay. Sollen wir mit dem Unteren anfangen, oder? Nee, da. Ah, da oben, oder was? Wo? Ah, tötet Feinde. Okay, ich muss noch Feinde töten. Um die Träne zu versorgen. Ah, sie. Gimme, gimme Feinde, gimme, gimme Feinde. Wo sind denn hier Feinde? Gut, jetzt brauche ich ja erstmal Feinde noch. Hier. Ich weiß. Ich weiß doch. Sollte ich, aber ich tue es ja auch. Und es ist alles nicht so einfach. Ein Erreißzahn ist Chaos. Okay. Muss ich es jetzt wieder aufladen? Muss man nicht, ne? Hm. So. Okay. Ha. Ja, das hat er jetzt weiterkult, oder was? Achso, ich muss es jetzt tatsächlich jedes Mal machen. Weil vorher wäre ich hier nichts machen können, ne. Das heißt, wo ist nochmal einer? Da. Ja. Okay. Batsch. So, jetzt in die andere Richtung. Und das sollten wir gleich mal mitnehmen, ne? Ja. Und da hat auch was geleuchtet. Eine Essenz-Rune. Haha, das hat er andere abbekommen, wirklich. Schi-schi-schi-schi. Schi-schi-schi. Schi-schi-schi-schi-schi-schi-schi-schi-schi-schi. Lasst mich in Ruhe. Gut. Brav. Ach, Mist. Ach, haben wir für eingelangt. Na gut. Pyromancer. Go. Ah, shit. Okay, okay, okay. Und jetzt? Was ist das? Rekalkos. Ja, und da? Achso, jetzt werden wir den dunklen Anker ausschalten. Wie machen wir das? Wie machen wir denn das? Wird schon irgendwie gehen. Oh. Oh. Schick hier. Oh, hallo, anderen. Greifen wir die an? Auf geht's. Oh. Oh. Wow. Wow. ich denke mir ein wenig zurückhalten sollen oder was das lief mal falsch ganz schön angeht gehämmert es ist geschafft die präsenz des erntes der seelen schwindet er wird es versuchen doch ohne die däte spülers hochschilden sollte die vernichtung der restlichen wurmkultisten schnell ich muss dem dominion meldung erster mal xia sagt euch eine große zukunft voraus aber gut oder schlecht vermag ich nicht zu sagen danke für eure hilfe ganz klasse falls wir uns einmal wiedersehen dann hoffentlich wieder als verbündete okay dann nehme ich jetzt gerade mal den schnellport da müssen es lang jetzt bin ich gleich stufe 23 ach man schade okay da war jetzt was das da würde ich sagen oder tagebuch aber das ist in der nächsten folge für euch bis demnächst tschüss